Willkommen zu einem etwas anderen Video als sonst eigentlich gewohnt, wie immer den alten Einleitesatz wieder benutzt. Das ist nicht eins dieses Video, einer dieser Videos, jetzt haben wir es, wo es nicht darum geht zu sagen, wow, 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 was da irgendwas schief gelaufen ist, ne, 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 keine Angst. Ich wollte dieses Video einfach nur mal nutzen, um nochmal Danke zu sagen und euch schöne Feiertage zu wünschen und ein bisschen zu informieren, was über die Feiertage auf meinem Kanal kommt. Was ich schon mal sagen kann, es wird nicht mehr so viel kommen, weil heute ist, wie ihr seht, vielleicht unten rechts, das ist heute der 22. Ich habe jetzt vorher gerade noch Pokémon aufgenommen, da habe ich noch zwei Parts, das heißt für nächste Woche einen Pokémon Part sollte ich raushauen können. Age of Mythology habe ich leider gerade nichts mehr an Lager, aber in der Altjahreswoche arbeite ich ja nicht so viel, also meistens nur morgens, da werde ich sicher am Nachmittag, also etwa am 27. weil es ist ja so, der 25. ist ja Weihnachten, da bin ich, werde ich nichts hochladen, 26. ist ja mein Burzeltag, da bin ich auch mehr oder weniger vereinnahmt, werde dann wahrscheinlich am Mittwoch am 27. was hochhauen, vielleicht auch gleich versuchen, Mittwoch noch Age of Mythology, dann haben wir die Woche abgefrühstückt. Ich möchte auch wirklich gerne weitermachen mit Schatten des Krieges, also mit dem Roleplay. Dort kamen noch ein paar Sachen dazwischen, dass ich zwischendurch nicht ganz sicher war, wie ich die nächste Mission gestalten sollte, aber keine Angst, das Spiel läuft noch und alles ist okay. Ich habe mir jetzt auch noch ein Gamepad geholt, das ich noch austesten muss, weil ich möchte wieder vermehrt Kamerafahrten einbauen und das kriegt man mit einer Maus einfach nicht flüssig hin. Deswegen wäre ich da noch ein bisschen mit, 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 äh... Da habe ich den Faden verloren, Faden wiedergefunden. Da möchte ich natürlich noch ein bisschen üben und schauen, ob das mit dem Gamepad besser geht. Ich habe mir zwar schon sagen lassen, dass das besser gehen sollte, aber wir werden es dann sehen. Und das ist da noch ein bisschen geplant. Keine Ahnung, wann ich dazu kommen werde, ob in der Altjahreswoche oder dann halt in der Woche nach Neujahr. Aber, weiß ich noch nicht ganz, ich versuche möglichst schnell da wieder was zu bringen, da ich selber weiß, wenn etwas länger nichts kommt, geht man davon aus, dass es, ja, dass einfach nichts mehr kommt. Da geht ja auch so ein bisschen die Spannung verloren. Also keine Angst, ich muss auch selber sagen, ich bin echt aufgeregt immer, wenn ich wieder was Neues zu Schatten des Krieges machen darf, weil das ist so eine, ist wirklich so, also das kann ich jetzt sagen, ohne mich hier irgendwie zu verstellen. Ich habe, es fühlt sich irgendwie an, als hätte ich nach diesem Projekt, wie ich es jetzt mache, mit Schatten des Krieges gesucht, meine ganze Zeit hier auf YouTube. Und jetzt habe ich das gefunden, wo ich wirklich sagen muss, ja, da stecke ich gerne Herzblut rein. Also die LPs nebenbei natürlich auch, aber jetzt das Roleplay ist nochmal ein bisschen was anderes, weil es nicht nur das Zocken, sondern auch meine andere Leidenschaft, dass die Schauspielerei gleich in ein Projekt packt. Und das hat sich, ist gerade super aufgegangen und es funktioniert alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also bin ich, bin ich glücklich und will mich auch nicht beschweren. Dennoch sage ich, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen schöne Feiertage, esst wie immer zu wenig, was man ja immer macht an solchen Feiertagen und sage, peace, ich bin draußen, auf Wiedersehen.